Seltsamerweise fanden sich keine Anzeichen für eine Verschwörung oder gar einen geplanten Angriff gegen uns. Keine Anzeichen für eine Verschwörung oder gar einen geplanten Angriff gegen uns. Keine Anzeichen für einen geplanten Angriff gegen uns. Wirklich? Das habe ich dezent anders in Erinnerung. Guten Tag! Habt ihr Lust mit uns ein bisschen über dunkle Völker zu reden? Wir haben ihm unsere Eckse, eure Steintürme zerschlagen.